Sonja Lechel, du hast einen Grund. Grundstellung von vorne. Eine Bünddrehung nach rechts. Rückhandsicht. Viertel Drehung nach rechts. Freudansicht. Wir lassen die Positionen so hoch, wie sie sind. Doppelbizeps. Wir lassen die Positionen so hoch, wie sie sind. Doppelbizeps. Wir lassen die Positionen so hoch, Sonja. Wir lassen die Positionen so hoch. Seitlich. Wir lassen die Positionen so hoch. Rückhandsicht. Ach, Entschuldigung. Hochzeichen. 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 Jetzt soll der Lizepsen vorhören. Hochzeichen. Hochzeichen. Bauch und Beine. Hochzeichen. Hochzeichen. So, wollen wir heute an spannen. Vielen Dank, meine Damen, ihr dürft den Kleiner. So, der DJ hat gute Musik aufgelegt, dann würde ich sagen, post down!